Wir sind die Sieger, die Sieger vom Sportpark Rohnhof. Wir siegen, wie's uns gefällt. Wir schießen Tore und siegen bei Gräuter Fürth. Ja, das ist unsere Welt. Für geile Schlitzer nimmt der Toto heute seinen Linken. Mit Vollgas holt der Danny Blum den nächsten Elfer raus. Wir alle sind grad angehalten, den Abstand zu halten. Drum distanzieren wir jetzt Fürth und bauen den Vorsprung aus. Ja, und alle! Wir sind die Sieger, die Sieger vom Sportpark Rohnhof. Wir siegen, wie's uns gefällt. Wir wollen aufsteigen und freuen uns auf den HSV. Thomas Reis, du bist unser Held. Ja, ja, ja!